Ja, genau. Ja, genau. Ja, weil er sagt, das ist schon gepflückt. Da muss draufbleiben. Da muss draufbleiben. Bis er da drüber ist. Darum war der vorher auch schon fertig. Weil wahrscheinlich auch das Gepflügte da war. Jetzt kannst du ihn wieder einsetzen. Bis zum nächsten Mal. Das spürt gar rein. Das ist egal. Ja, das war ich. Das Objekt. Dreht er wieder um. Also jetzt müsste er eigentlich durchlaufen. Bis daher. Weil da ist es dann vorbei. Dann nochmal beim runterfahren. Dann könnte das eine Eck nochmal kommen. Aber dann müsste er ja durchlaufen. Jetzt wird er gleich wieder das Spinner anfangen. Ja, wenn es ihn entlässt. Außer er ist selber fertig. Ja. Jetzt müsste er das Ski dann, oder? Ja. Ja. Ja, und dann bist du da drüber. So, und dann... Ja. Der ist aber weit vorne. Ich bin schneller als der Pflug. Haha. Ah, da ist er. Da überall drüber. Da ist der Punkt. Ja. Ja, du musst dann beim Zurückfahren auch nochmal. Da wird er beim Zurückfahren auch nochmal spinnen. Dann müsste er durchlaufen. Nachdem muss er dann durchlaufen. Beim Zurückfahren nochmal. Ja. Beim Zurückfahren nicht einmal mehr. Nein. 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 Weil da geht er auf das Äußere. Da wird er nicht mehr spinnen. Angebote kriege ich auch ganz, ganz wenig. So, jetzt schauen wir mal, ob er da tatsächlich nochmal spinnt. Nein. Nein. Weil der Pflug übersteht. Ja. Da dürfte er nicht stehen bleiben. Ja. Da zieht er durch. Dann zieht er jetzt durch. Gut. So. 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 da drüben. Ja, ich habe die nochmal aufgefüllt. Ja, da hat es schon mehr Angebote gegeben. Aber du findest da wesentlich mehr Fruchtarten und du hast ja auch gute Preise für die Fruchtarten. Wenn du jetzt Sonnenblumen vergleichst oder die Sojabohnen, da kriegst du auch gutes Geld dafür. Die Batterien des Controllers sind beinahe leer. Haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt, die Meldung. So, dann. Jetzt einher hätte ich wieder. Ich habe gerade nichts mitbekommen. Ich habe einen Controller angesteckt. Ne, ich muss nicht mehr. Ich muss nicht mehr zurück. Ich fahre jetzt mit dem Drescher gerade auf den Hof und kippe es gleich in das Silo rein. Die 1900 und dann mache ich da unten gleich noch auf Feld 32, 24. Ja, 24. Mache ich gleich den Mais noch weg. Auf Feld 24 runter. Aber da lasse ich einen Helfer laufen. Und da komme ich eh schon wieder. Ah ja, da geht der Arbeit jetzt nicht aus. Ha, ha, ha. Alles klar, Max. Ach, der braucht noch länger. ando von auf, der ist, es geht um die Ich gehe das auf dem Wenig an. Die 50-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro. Und da bin ich 해결�oend. Auch das Thema und ich freue dich. Ich gehe von Lerner, die 50-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro-Tro. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018